einen wunderschönen guten abend hier aus aachen ich habe heute einen ausflug gemacht um einen immobilienkongress zu besuchen um mich auszutauschen mit meinen makler kollegen denn ja nur von den besten kann man lernen und deswegen bin ich hier ich werde natürlich die tage berichten und bin jetzt mal gespannt auf die stadt schönen abend schönen guten morgen hier von der business beats direkt im liebig in aachen hinter mir ist die bühne und alle kollegen versammeln sich gerade hinter mir und trinken erst mal gemütlichen kaffee bevor es los geht ich bin schon ganz gespannt über die inhalte schöne grüße aus aachen so 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 ja vielen dank ich bin hier heute auf der business beats in aachen ich bin begeistert die speaker waren top die inhalte sind gut die kontakte hervorragend und ich glaube ich komme wieder auf die limitiert hoffnig vor bis dann so die veranstaltung ist vorbei und es waren super super auftritte von speakern das war echt eine coole coole geschichte viel gelernt viel aufgeschrieben viel notiert viel aufgenommen auch und ja jetzt geht es in die halle 60 hier und ein bisschen wird angestoßen auf ein erfolgreiches maklerjahr 22 und ja dementsprechend bin ich guter dinge und freue mich auf die ergebnisse ich werde nächste woche schon in die umsetzung gehen bei den ein oder anderen punkten und freue mich sie dabei in zukunft auch weiter informieren zu können also auf ihr wohl bis bald so 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 Hey, Father, Father, Father!